Oh, Sie haben gerade Ihre Traumimmobilie gefunden? Hübsches Ding, gratuliere! Sie sind sich auch schon mit dem Verkäufer im Großen und Ganzen einig? Ja? Dann ist es Zeit, sich einen Anwalt Ihres Vertrauens zu suchen. Warum? Tja, damit der Kauf Ihrer Traumimmobilie nicht zum Albtraum wird. Denn haben Sie schon mal was von einer Dienstbarkeit gehört? Oder können Sie die Bedeutung von Wohnungsgebrauchsrecht, Pfandrecht, Wegerecht, Wasserrecht, Leitungsrecht oder vielen anderen Begriffen des Rechtsdschungels? Nein? Eben. Fakt ist, all das kann den Wert Ihrer Traumimmobilie schmälern und oder langfristig zu Problemen führen. Ihr Anwalt kennt sich damit aber aus. Zu Beginn holt er alle notwendigen Informationen für Sie ein, die Daten von Käufer und Verkäufer. Er prüft, ob die Immobilie durch Kredite oder Rechte anderer daran belastet ist. So bleibt nichts dem Zufall überlassen. Er erstellt einen individuellen Kaufvertrag, der zu Ihrer Traumimmobilie passt, sorgt für die Löschung aller Belastungen im Grundbuch und er erledigt alle notwendigen Behördenwege für Sie. Er kümmert sich auch um die Treuhandschaft und überweist den Kaufpreis erst an den Verkäufer, wenn Sie tatsächlich im Grundbuch stehen. Damit es zum Schluss heißt Ende gut, alles gut. Interessiert? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit Mag. Stefan Danzinger und Mag. Julia Karel 026 22 26 977 oder schreiben Sie eine E-Mail an office-at-kaufvertrag-immobilie.at Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut.